Das Promi-Geflüster ist angekommen im Jahr 2024. Ich hoffe, ihr seid auch alle gut rübergerutscht und mich freut es heute umso mehr, wenn wir den Florian Bartholomé nochmal im Gespräch haben. Letztes Jahr war er ja noch sozusagen bei uns und hat seinen Weihnachtsfilm, Weihnachtspäckchen haben alle zu tragen, vorgestellt sozusagen fürs ZDF damals. Und jetzt sage ich einfach mal Hallo und herzlich willkommen nochmal. Grüße dich, Florian. Grüß dich, hallo. Ein frohes neues Jahr sozusagen. Ich danke, das wünsche ich dir auch. Hast du gut angefangen? Ich habe soweit gut angefangen. Ich finde ja immer, die ganze Zeit im Winter ist ja immer eine Zeit zum Reflektieren. Man überlegt, wie war das alte Jahr, was nehme ich mir fürs neue Jahr vor. Und man schreibt und überlegt und schmiedet so Pläne. Und da bin ich auch noch irgendwie mittendrin. Also es ist ja noch Winter, aber da bin ich noch drin. Wie, wenn du gerade so sagst, wenn du so reflektierst, wie war dein altes Jahr? War viel zu tun? Gab es viel zu tun? Gab viel zu tun. Schöne Projekte. Wie gesagt, Weihnachtspäckchen kam ja, kam ja gut raus. Und es gab tolle, tolle Projekte, die auch dieses Jahr rauskommen werden. Einen Dreh gab es für das ZDF unter der Regie von Mati Geschonek. Einen Film nach einem Drehbuch von Ferdinand von Schirach, wo es ein Gerichtsfilm geworden ist. Der heißt Er sagt, sie sagt. Mit Ina Weiße in der Hauptrolle und Godehard Giese. Matthias Brandt ist einer der Anwälte. Ich spiele auch den Oberstaatsanwalt. Und das war eine wunderbare Arbeit. Da gucke ich gerne im letzten Jahr drauf zurück. Und es gab noch weitere Krimis, die ich gemacht habe, Independent-Projekte. Also das Jahr war voll mit Dreharbeiten. Und mal schauen, was dieses Jahr passiert. Weil du sagst hier mal der Oberstaatsanwalt, also mal nicht der Böse, oder? Also ich habe tatsächlich im letzten Jahr im deutschen Fernsehen keine Straftat begangen. Ich war nirgendwo der Bösewicht. Ich war Bäcker, ich war Staatsanwalt. Was war ich noch alles? Aber auf jeden Fall war ich nie der Bösewicht. Was ein Novum ist für mich, aber auch mal gut getan hat. Man muss nicht immer irgendwie lügen und verstecken. Und das war schön. Mal gucken, ob dieses Jahr mal wieder ein Täter dabei ist. Mal schauen. Ja, also ich meine, die Krimiserien gibt es ja wie Sand am Meer. Ich sage immer mal wieder, wird eigentlich im Fernsehen, im deutschen Fernsehen so viel gemordet? Oder in Deutschland generell? Ja, also ich glaube, die Zahlen von den tatsächlichen Mordfällen in Deutschland sind Gott sei Dank sehr, sehr gering. Aber im deutschen Fernsehen jeden Abend, ja, gibt es Mord und Totschlag. Man sagt immer so, ohne Krimi geht die Mimi nicht ins Bett. Die Deutschen lieben Krimis. Ich habe selber schon viele gedreht und es erfindet sich ja auch immer mal wieder neu. Ja, ich bin gespannt, wie da der Trend in den nächsten Jahren ist. Mal schauen. Also es gibt ja die alten Flaggschiffe der Tatort, die sich da weiterhin sehr, sehr, sehr prominent halten und sehr gute Zuschauerquoten haben. Ja, das bleibt ein beliebtes Genre. Richtig. Also in den Weihnachtspäckchen, muss man sagen, da bist du ja Vater geworden. Aber im wahren Leben vor kurzem oder nicht allzu langer Zeit ja eigentlich auch, oder? Ja, genau. Also in der 2021 bin ich auch Vater geworden. Und genau, viele gucken ja auf die Zeit zurück und waren in der Corona-Pandemie sehr beschäftigt. Für mich war es eine Zeit, wo sich mein Leben auch sehr verändert hat und ich einfach Vater geworden bin. Genau, das stellt natürlich das Leben in irgendeiner Form auf den Kopf. Man hat andere Zeiten, andere Prioritäten. Und ich bin eigentlich sehr, sehr froh, wie sich das beruflich und familiär weiterhin so unter einen Hut bringen lässt, weil auch der Beruf des Schauspielers ist ja nicht immer der familienfreundlichste. Man ist mal zeitweise länger mal weg, kann nicht da sein, vermisst sein Kind. Und genau, aber für mich, wenn ich da zurückgucke, ja, selbst Papa geworden. Prima. Also von daher alles gut, alles glücklich und zufrieden, genau. Ja, sehr schön. Wunderbar, wunderbar. Es kommen alle Ängste dazu, die jeder Elternteil hat, die Überforderungen. Das ist, glaube ich, alles normal und Teil dessen. Und dennoch guckt man so zurück und die Zeit seit der Geburt von meinem Kind fliegt. Also es fliegt vorbei. Und man denkt, ach, wo geht denn die Zeit hin? Und ich, trotz Schlafmangel und was auch immer, was da am Anfang dabei ist, ich finde es toll. Also ich finde es toll und bereichert das Leben. Sehr gut. Das Ganze, oder man muss so sagen, im Vorfeld, wo wir aufs Interview sozusagen hier den Termin versucht hatten, da hieß es immer noch, du machst auch noch einen anderen Beruf. Und ich glaube, wenn man nachliest, auch in deiner Biografie, du hast auch Kampfsport sozusagen gemacht oder machst es noch und gibst auch entsprechend Trainingseinheiten. Ja, die Kampfkunst oder der Kampfsport war schon, seitdem ich ein Kind bin, Teil von meinem Leben. Ich brauche mittlerweile keinen Gegner mehr von außerhalb. Ich bin selber mein eigener Feind. Den eigenen Schweinehund zu überwinden oder sein Leben in Balance irgendwie zu gestalten, ist doch manchmal mehr eine Hürde, als man denkt. Aber es ist richtig. Ich habe in der Vergangenheit, ich habe Kinder unterrichtet, Erwachsene. Kollegen, Kolleginnen für Filme vorbereitet. An die Kampfsport oder an die Kampfkunst, man kann ja über verschiedenste Betrachtungsweisen drangehen, was jemand daran auch interessant findet oder nicht. Sei es sportliche Wettkämpfe, sei es, um für sich selber gesundheitlich was zu tun, sei es aus philosophischer Sicht für ein gutes Vereins- und Trainingsgefühl, warum auch immer. Und ich glaube, der Kampfkunst und dem Kampfsport werde ich, glaube ich, mein Leben lang treu bleiben. Ich komme nicht weg davon. Also, na, sollte man dir nicht unbedingt des Nächten begegnen? Oder wenn man dich angreifen will, dann liegt man irgendwo flach dann, oder? Ich liege vielleicht auch flach, wer weiß. Also, das ist ja immer, wer weiß es schon. Wenn man dann wirklich über Angriffe auf der Straße redet, das ist ja ganz grausam. Das ist ja, da ist ja auch so viel Glück teilweise dabei. Oder da kann man heilfroh sein, wenn man so einer Gewalt im Leben aus dem Weg geht. Und man sich aber dennoch irgendwie dem Kampfkunst oder dem Kämpfen, es ist was Schwieriges, aber irgendwann merkt man, je länger man sich mit beschäftigt, umso mehr fühlt man sich wohl dabei und man schafft was Schwieriges. Und das ist ja eine gute Metapher so fürs Leben. Wenn man sich da auch was Schwieriges vornimmt, wenn man sich damit beschäftigt, man kommt da weiter und man kommt da voran. Und so war die Kampfkunst immer für mich ein gutes Metapherbild und ein Begleiter für viele Aufgaben im Leben. Sehr gut. Also, dann wissen wir das auch. Beruflich bist du gut aufgestellt, familiär, hast auch alles und glücklich und zufrieden mit dem Kind. Wie schaust du jetzt, oder wie kritisch schaust du jetzt in die Zukunft, was unsere Welt angeht? Sei es mit den Kriegen, sei es mit der Umwelt. Ja, also die Nachrichten oft zu schauen, macht keinen Spaß. Also, wenn man das jetzt zu oft Nachrichten liest, das zieht wirklich derartig runter. Man kriegt ja auch von allen Ecken der Welt die schlechten Nachrichten mit und zu wenig gute Nachrichten. Und natürlich denke ich schon darüber nach, mein Kind wird im Jahr 2100 wahrscheinlich noch leben. Und so, wie sieht denn die Welt aus in 80 Jahren? Wie, 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 was hinterlässt man denn den Kindern? Ähm, und auch man merkt ja, eine Demokratie muss auch wirklich verteidigt werden. Also, man, äh, das ist nicht so felsenfest, wie man sich das immer, äh, wie man sich das immer wünscht oder wie man aufgewachsen ist. Und, ähm, auch da merkt man irgendwie, oder merke ich zumindest als Vater, ah, man hat da eine Verantwortung dafür, was für eine Welt und was für eine Umwelt man, äh, man gestaltet. Natürlich ist so das eigene Tun und Handeln begrenzt, aber es gibt doch einen Einfluss, ne, was man kauft, wie man mit Leuten umgeht, ähm, und, und was für eine Welt und was für eine, äh, kleine Gemeinschaft man in dem Ort, wo man lebt, sich aufbaut. Und, äh, und, ja, da, da geht's, da geht's dran zu arbeiten. Ich kann nicht viel tun, was auf der anderen Seite der Welt passiert, aber so, was vor meiner Haustür passiert und wie da miteinander umgegangen wird, darauf habe ich einen Einfluss. Richtig, genau. Ja, also, ich denke mal, 2024 hat man noch einige, äh, sozusagen Nüsse knacken müssen, die man wirklich da wieder, also, dass uns das Ganze vielleicht wieder ein bisschen positiv vorangeht. Aber, ich habe noch so ein bisschen meine Zweifel in mancher Hinsicht. Ja, kann man auch haben. Also, es ist auch nicht schlecht, Zweifel zu haben und wachsam zu sein. Und ich glaube, der Weg ist, ist, ist immer mit einem offenen Herzen dran zu gehen und zu schauen, wo sind Gemeinsamkeiten und wo sind Werte, die man, die man gemeinsam halten will. Ich glaube, darüber findet man viel mehr Gemeinschaften als, als über, was momentan auch in Europa viel der Trend ist, ne, über, über Abspaltungen, über Trennungen, Gesellschaftsschichten, die sich trennen. Äh, ich glaube, es ist wichtig, da, da auf gemeinsame Werte mehr zu gehen und zu sagen, was verbindet uns denn als, als Eltern, als Freunde, als Kollegen, äh, in was für einer Welt wollen wir denn leben und wie wollen wir miteinander umgehen? Ja, ja. Und in dem Fall muss ich sagen, dann fällt das Fernsehen, kommt dann wieder zurück sozusagen und unterhält uns vielleicht auch mit schönen Geschichten oder auch mit kritischen Geschichten. Was wären es für dich für Filme, die du jetzt in naher Zukunft drehen würdest oder was für Rollen würdest du gerne noch spielen wollen? Hm. Also es gibt ja immer wieder verschiedene Genre, die ich gerne noch, äh, gerne noch, äh, abhaken würde. Das Genre Western wäre noch eins, wo ich gerne noch mehr Filme drüber drehen würde. Das Genre Science Fiction wird, glaube ich, auch interessanter, ne. Was, was könnte es für Geschichten geben, wenn eine künstliche Intelligenz, was sind da Zukunftsmodelle, wie können die vielleicht, ähm, fiktiv behandelt werden und so auf, äh, gesellschaftliche Entwicklungen hinweisen oder warnen davor. Ähm, das sind, äh, natürlich gibt es auch Filme, die einfach rein unterhaltend sind, das ist gut, aber ich glaube auch, ähm, gesellschaftskritische und, und, äh, Filme sind, sind sehr, sehr wichtig. Und da hat ja das öffentlich-rechtliche Fernsehen auch einfach einen Auftrag, ähm, ähm, da, da wirklich, äh, Filme dafür zu produzieren. Hm. Weil du gerade Western erwähnt hast, also Western vermisse ich in der Tat auch ein bisschen. Da ist, glaube ich, gar nicht mehr so viel im Angebot, ne. Nein, aber es ist so ein tolles Genre. Also ich meine, das Genre Western immer starke Frauenfiguren, knallharte Frauenfiguren, Männer, die, um ihre Männlichkeit irgendwie kämpfen den ganzen Tag. Es gibt absurde Timings, man hat Zeit in diesem Genre. Es geht nicht alles holterdiepolter, man hat wirklich Zeit. Da setzen sich auch mal zwei Männer auf die Terrasse und gucken in den Sonnenuntergang, machen ein Bier auf, Szene vorbei. Wunderbar. Ja, und, ähm, ich glaube, das Genre Western lässt sich toll mischen mit anderen, äh, mit anderen Genren und, äh, ist so ein, ist so ein geheimer Favorite von mir und, äh, vielleicht ergibt sich was. Ja, warum nicht? Also, andererseits, man darf ja dann wiederum Indianer und sowas wieder gar nicht mehr unbedingt in den Mund nehmen oder so erwähnen, wie es früher mal war, ne. Ja, die alten Westernfilme, na klar, das ist, äh, das ist eine, das ist eine alte Zeit, ähm, aber ich glaube so, man sagt ja zum Beispiel auch bei Clint Eastwood oder so, der Mann hat zwei Gesichtsausdrücke, mit Hut und ohne Hut. Genau. Also, ich finde, äh, in dem Genre Western ist, 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 ist viel zu holen und man sieht es ja teilweise so in, 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 in Mischungen mit Filmen und, äh, mal gelingt es, mal nicht, mal schauen. Ja, ja, sehr gut. Also, im Film und Fernsehen ist alles möglich, man kann eintauchen in eine schöne Welt, vielleicht auch in eine gewisse Illusion, wie auch immer. Und, ich denke mal, da sollte man wirklich vielleicht sich nochmal wieder ein bisschen finden und das Gute suchen. Ich sage, in diesem Sinne, dir alles, alles Gute für die Zukunft, für 2024 und auch natürlich darüber hinaus vor allen Dingen auch gesund bleiben. Danke, dir auch alles Liebe. In diesem Sinne, liebe Zuschauer, herzlichen Dank und wenn ihr Fragen noch an Florian habt, schreibt ruhig mal was in die Kommentare, dann kann man eben das gerne mal weiterleiten und vielleicht machen wir dann eine Fortsetzung, warum denn nicht. Sehr gerne, sehr gerne. Macht's gut. Auf bald, ciao. Die Zuschauer von YouTube haben jetzt die Möglichkeit, entweder eines der empfohlenen Videos anzuschauen oder gar unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Ich wünsche gute Unterhaltung. Die Zuschauer von YouTube-Kanal zu abonnieren. 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 Vielen Dank.